Hallo, herzlich willkommen. Jetzt geht's weiter. Harte Entscheidung. Links oder rechts? Wollen wir rechts runter gehen? Komm, wir gehen rechts runter. Oh, sieht so aus, ob da mehr Platz ist. Dann gehen wir links. Ja, komm, erst mal links. Oh, hier ist noch mal was. Guck mal hier. Eine Tür. Es ist keine Tür, es sind Holzstücke, aber ich bin der Meinung, ich kann mal mit der Axt vielleicht. Kann ich das sehen. Oh. Warum ist das hier so komisch eng? Wenn jetzt viele der Mäuse zischen, ne, dann... Hier ist ein Seil. Oh, hier ist ein Foto. Warte, das Seil muss erst mal weg. Ich nehme das mit. Ich kann es nicht aufnehmen. Ich auch nicht. Oh, meine Fackel hat aufgehört zu brennen. Kann man hier was freisprengen? Ich glaube, ich habe einmal Dynamit im Dorf vorhin gefunden. Oh, einmal vier. Ich habe viermal Dynamit. Cool. Ne, das Foto kann ich auch nicht aufheben. Was ist denn da drauf? Da ist ein Schiff drauf, oder? Das ist ein Schiff im Wasser. Am Meer. Hier geht es nicht weiter, ne? Da ist ein Schiff am Meer. Da müssen wir noch mal am Strand entlang. Und da ist dann eben eine Stelle mit diesem Schiff. Gott. Entschuldigung, ich war ein bisschen agro gerade. Okay. Warte mal, ich esse mal eben was. Ähm. Scheiße, der ist roh. Ich hab noch Snacks. Hast du Snacks? Ja, ja. Ich hab extrem viele aufgesammelt. Ich habe... Haarspray habe ich noch. Oh, Haarspray, super. Wieso habe ich keinen Haarspray? Ne, Snacks habe ich nicht. Ich hab nur noch Blaubeeren. Aber auch nicht mehr viele. Oh, stimmt. Die Blaubeeren habe ich ganz vergessen. Meine Güte. Davon habe ich 25 noch. Ich bin ja vollgeladen hier. So. Nice. Super. Oh, oh. Entschuldigung. Tja. Also, was ist da oben? Da oben ist, glaube ich, nichts. Nur Schädellampen. Bisschen Deckdeko. Ne, weil die sind ja jetzt... Zwar Ureinwohner, aber trotzdem... Da geht es irgendwie noch rein. Echt? Ja. Ich hoffe doch nicht, oder? Oh, okay. Hier sind Snacks und Schädel und Herzen. Snacks, Schädel und Herzen. Alles, was das Herz... Das war's aber, ne? Äh... Ja. Schädel können wir ja nicht mehr mitnehmen. Also, es gibt manchmal so Stellen, da wird dann angezeigt, dass du das weg sprengen kannst. Okay. Aber in dem Fall ist das wohl einfach nur so ein toter Seitenarm. Davon gibt's hier bestimmt ziemlich viele. Deswegen müssen wir echt alles abklappern, ne? So, da vorne sind schon wieder Fledermäuse. Vorsicht. Ich probiere die mal weg zu. Aber ich höre hier jetzt nichts mehr lachen oder so. Hehehe. Äh, jetzt. Gleich. Können wir die Fledermäuse auch essen? Ne, irgendwie nicht. Also, ich würd's... gut heißen. Kann ich die vielleicht verbrennen? Ne, guck mal. Guck mal. Die sind, äh, die sind feuerresistent. Guck mal. Das... Ja, das... Du denkst dich... Oh, du bist ein Feuer. Bei mir sind die schon alle tot. An der Stelle, wo du warst. Wieso atmest du so laut? Okay, warte mal. Achso. Oh Gott. Oh Gott. Was denn? Äh, es ist so viel freie Fläche da vorne. Freie Fläche bedeutet... Waren wir da schon? Ne, ne. Das ist der... Wir sind ja jetzt links gegangen. Oh. Okay. Ich höre hier Tropfen. Was war das? Ich höre nur Tropfen. War das der Wind oder war das so ein... Ich höre... Ich hab hier so ein bisschen Wind. Ich kann grad nicht sagen... Ob das... Grollen von der Höhle, von dem Wind ist oder ob das irgendein Viech ist. Oh Gott. Angst. Äh, ist das da vorne? Ich auch. Ah, da vorne bewegt sich was. Hä? Ist das der Stuhl, der grad umgekippt ist? Was zur Hölle ist? Der bewegt sich was? Der da vorne, da ist... Ich kann was sehen. Also ich seh's, ich seh's. Oh shit, da steht doch einer da rechts. Guck doch. Da, da sind zwei. Ich höre's, ich höre's. Ne, ne, komm mal hier zu mir. Komm mal hier zu mir. Aber ich höre, ich kann sie hören. Rechts in den Seitenarm. Bei mir höre ich die noch nicht, aber ich seh sie da stehen. Ich seh nix. Doch komm her, links zu mir. Da sieht man noch den Schatten. Oh Gott, das sieht voll gruselig aus. Ja! Die blaue da ist. Oh Gott! Oh ja, es ist... Warte mal, hab ich die Helligkeit hochgestellt, dass das auch alle sehen können? Moment, ich geh mal kurz in die Einstellung, weil wir... Oh. Äh, Höhlen und... Ja, das ist ganz hochgestellt. Okay, warte. Ich hoffe, du bist jetzt wieder im Spiel. Weiterspielen. Ich bin wieder im Spiel. Hallo? Okay, jetzt kommen die. Ähm. Ich kann sie immer noch nicht so wirklich sehen. Ähm. Oh, ich glaub, die kommen. Wo bist du? Hier. Ich geh mal ein Stück weit zurück. Ja. Ich hätte gerne ne Fackel oder so vielleicht. Ähm. Angst. Ich hör's lachen. So. Wo sind die denn? Sind die hier schon? Ach, da oben ist er. Ein bisschen geschrien hat er. Jetzt ist er weggelaufen. Ich hoffe, er bringt nicht zu viele Kollegen mit. Ah! Ah! Ganz ruhig, ganz ruhig. Die tun doch auch nix. Die tun doch auch nix. Die sehen halt überhaupt nicht, ne? Die Helligkeit ist halt so schlimm. Ich schon. Hast du deine Leuchtfackel? Oh, oh fuck. Da kommt gleich ein größerer. Okay. Jetzt laufen die wieder weg. Ja. Du hast noch so ne Fackel, so ne Leuchtfackel. Ich hab ne Fackel in der Hand. Ne, so ne Leuchtfackel. Okay, okay, okay. Oh! Was ist das? Was hast du gemacht? Haarspray. Äh, nur Haarspray? Ja, und das Feuerzeug mit L rausholen. Ach so. Dann kannst du damit... Oh, geil. Zahn verloren. Sehr geil. Ne, warte. Können wir ihn nicht nochmal anfackeln? Oh, hallo. Muss ich dann auch einfach nur auf... Ach, das ist ja geil. Das ist ja die beste Waffe. Äh, also die sterben vielleicht schon beim ersten Mal, aber es gibt sicherlich Viecher, die dann einfach weiter... Ich brauche also einfach nur auf... Auf rechts... Hast du den Schrei gehört? Oh Gott. Oh Gott, ja. Ja. Den habe ich schon öfter gehört, den Schrei. Ich glaube, das ist so ein... Ja, das ist so ein Suchschrei oder so ein... Hier, wir haben Besuchschrei. Also ich muss nur auf Rechtsklick drücken und dann geht's schon los. Ne, äh, du musst erstmal ausrüsten und dann das Feuerzeug hast du ja auch mit L rausgeholt. Ich habe Feuerzeug und... Und jetzt einfach Linksklick. Aber nicht in meine Richtung. Ach du Kacke, was war das denn für ein Schrei? Ja, ich habe es auch gehört. Wieso war der so... Der Klang so kaputt. Hier geht es auch noch rein? Ich habe Angst. Warte mal, von da kommen die... Kannst du herkommen? Vielleicht? Ich habe Angst. Hier liegen Knochen. Oh. Ups, jetzt habe ich alle eingesammelt. Macht nichts, nicht so schlimm. Dann sammeln die noch mal ein. Ich gucke mal, ob ich genug Knochen habe. Da brennt noch einer. So. Ich baue mir schon noch schnell ein Flüstungsteil. Ich auch. So. Und dann wieder das Haarspray. Ich weiß halt nicht, wie viel da drin ist, ne. Das ist auch so ein... Super optimal, dass man das nicht weiß. Jetzt habe ich nur noch einen Knochen. Ja, mit dem Haarspray und dem... Okay, also... Oh Gott. Ich drücke mal kurz auf M. Wir haben ja nichts. Das ist ja gar nichts. Oh Gott. Auf der Karte. Hier, dieser Stuhl ist von alleine geflogen. Lebt denn gerade. Oh. Hat mich mega irritiert. Hier geht es ja auch noch runter. Wollen wir mal kurz, ähm... Ich... Wollen wir mal den... 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 Die Echse essen? Okay. Oder hast du auch noch eine Echse? Ich habe... Eine... Echse, die noch essbar ist. Wollen wir hier ein kleines Lager vor allem, oder wollen wir erst mal weiter gehen? Also... Ich würde es sogar hier unten machen, weil da ist einfach... mehr Platz und heller. Oh Gott, die Kisten sind gerade gespawnt. Alter, die bewegen sich und... Ich erschrecke mich total. Oh Gott. Das ist aber auch unheimlich, ne? Ich mache mal Feuerchen hier. Ja, mach mal ein Feuer. Ich bin immer noch krank. Ich bin immer noch krank. So bin ich immer noch krank. So und jetzt die Echse drauf. Da geht es auch noch weiter. Hier geht es doch runter. Ja, und dann links geht es noch lang. Und... Das ist ja nur der eine... Arm. Oh, die Kisten. Stopp, stopp, stopp. Kisten. Aha. Noch mehr Stoff. Ah, stopp. Aus den Kisten kommt das? Mhm. Warte. Das sind zum Beispiel wieder alte Kisten. Guck mal. Hier liegen auch noch ein paar. Nicht so moderne Kisten. Hier liegen auch noch ein paar Arme und Beine. Ja. Brauchst du was? Können wir ja zur Not... Ach ne. Ich dachte... Ich habe gesagt... Oder hätte gedacht, sonst könnten wir die noch essen. Aber... Ich glaube... Ich habe ja... Ich habe ja schon ein Bein gegessen. Da liegt irgendwas Orangenes? Ein Helm! Aber ich kann damit nichts machen. Werksteiger. Warte mal. Hier geht es zurück, ne? Ja. Ich kann damit nichts machen mit dem Helm. Das finde ich halt... Da fällt ein Stuhl runter. Ich bin gespannt, dass es hier eben... Oh, hier ist ein... Der Lurch ist schon fertig. Kannst du essen. Hier schwebt irgendwas in der Luft? Hier schwebt ein Stein in der Luft. Okay. Siehst du das? Mh... Nee, der ist bei mir normal. Bei mir schwebt ein Stein in der Luft. Ja, die Physik spackt manchmal hier ab. Okay. Möchtest du auch was essen? Äh... Also ich bin noch... Nee, warte. Hier ist einfach meine Blaubeeren. Okay. Weil ich hab noch ein Dings... Ja, hier geht es noch runter. Ja, hier geht es halt auch noch hin. Und ich gucke, ob... Ob... Da oben hängen auch noch ein paar... Oh Gott, da bin ich ja schockt. Oh ja, stimmt. Da oben. Hörst du das Schreien? Nein. Eben war wieder dieser komische Such... Suchrufschrei bei mir. Dieses... Was wir eben gehört haben. Ja, der war bei mir tatsächlich nicht. Das haben wir doch schon mal gehabt, dass... Äh... Die Möhre. Alles mitnehmen, dann kann man gut was verfeuern. Hast du das hier auch? Hier? Oh ja. Ah, ich seh das gar nicht. Oh mein Gott. Was denn? Was hast du? Äh... Ne, ähm... Was ist denn? Das... Das... Das schieben von diesen... Bänken macht so Geräusche und ich dachte, das war halt irgendein Geräusch vom Monster oder so. Ach so. Oh Gott. Ist das furchtbar. So, ich guck mal nochmal die Karte auf. Mal gucken, ob es uns überhaupt was bringt. Überhaupt nicht. Einfach mal überhaupt nicht. Die Karte, die Karte... Wo steht denn die Karte jetzt? Oder wo liegt die Karte denn? Auf M. Du kannst M drücken und dann... Oh, Moment. Kriegst du... Kriegst du die Karte. Aber wir haben halt nichts. Ach so. Also echt gar nichts. Ach so. Okay, da ist ja noch nicht so viel drauf, ne? Oh, jetzt seh ich auch den schwebenden Stein. Eben. Eben. Ja. Okay. Hat sich das Spiel... Oh Gott, ey. Die Arme und Beine sind hier grad einfach gespawnt aus der Luft. Ii. Jesus Christ. Bei mir liegen sie schon. Ja, da hinten geht's ja auch noch runter. Wollen wir da auch noch runter gehen? Oder... Kommen wir hier jemals wieder raus? Hier geht's nochmal nach links und nach rechts. Und... nach geradeaus. Und... Wie haben die den da oben befestigt? Naja, da kommen wir ja nicht hin, ne? Oh Gott. Was denn? Es geht halt nochmal nach links, nach rechts und geradeaus. Ja, wo waren wir hin? Zurück erstmal? Oder... Und dann... Und dann da... Oh mein Gott, die Sachen spawnen hier instant bei mir aus der Luft. Jesus. Hier runter? Oh, geht's nochmal nach unten. Oh Gott. Hatten wir nicht noch... Links, links, also so hinten links nochmal was? Ich mein, wir könnten noch tiefer runter. Ich frag mich, ob wir hier jemals wieder rauskommen. Ja... Wir haben ja die Karte. Also ging's hier nicht noch irgendwie lang? Ansonsten müssen wir ja, dass wir von da hinten kommen. Wir müssen ja im Grunde nur aufpassen, dass wir tagsüber im Dorf kommen. Äh, oben rauskommen. Und dann können wir uns eigentlich sicher sein, dass die Dorfbewohnern gerade nicht da sind. Würdest du uns nochmal hier lang gehen? Ja. Wie ist es egal? Eventuell kommen wir, wenn wir jetzt rechts gehen, auch in dieselbe Höhle raus. Also sie sind ja verzweigt. Ja. Ich hab aber Angst, dass eventuell da doch was anderes lauert. Ich geh geduckt. Hörst du Geräusche? Ne, ich hör nix. Nur das Tropfen. Ne, hier ist nix. Ne, hier ist doch bestimmt was, ey. Oh, ich glaub, da geht's raus. Oh, ich glaub, da geht's raus. Ja, da geht's raus. Oh Gott. Ja, da geht's raus. Oder in eine andere Höhle. Hier sind noch Schuhe. Oh. Äh, ich versuch mal. Okay, es geht einfach nur in eine andere Höhle. Okay, ich komm mal mit. Oh, jetzt ist tot und still hier. Was zur Hölle. Ich hab keine Geräusche. Stimmt, ganz still. Wenn du weiter nach vorne gehst, hörst du aber Geräusche. Oh Gott. Oh, ich mach mal einen Schluck Wasser. Ich muss mal kurz das Licht anmachen. Okay. Ich, ich glaube ich benutze nochmal so eine Leuchtfackel. So. Oh mein Gott. Die Höhle ist einfach zu groß, als das hier. War das so ein Molotow-Ding? Ne, es war eine Leuchtfackel. Achso, wie macht man die? Ähm, das, die sind oben rechts. Achso. Die kannst du ausrüsten, dann musst du rechtsklick drücken, dann entzündet er das Leuchtfeuer und dann kannst du die mit links noch werfen. Okay. Also wenn hier nichts lauert, dann weiß ich auch nicht. Ich überlege gerade, warte mal, ich rüste mal den Molotow-Cocktail aus. Ich nehme den auch in die Hand. Kommt gleich ein Muschi Klaus oder sowas. Oh, warte, wie groß ist denn die Höhle? Oh Gott. Oh, warte mal, kann man nicht? Ah, nicht so viel Holz, haben wir nicht dabei. Da könnt ihr hier so Schädellampen aufstellen, die leuchten ja ewig. Ähm, also ich hab noch zehn Stöcker. Ja, aber ich glaub, man braucht ziemlich viel für so eine Schädellampe. Dann können wir nämlich kein Lagerfeuer mehr machen. Warte mal, ich guck mal. Was braucht man dafür? Ich weiß gerade nicht, wo die sind, diese Schädellampen. Ich hab so meine Keule angezündet. Oh, okay. Da, Schädellampe drei Stöcker. Ach, das ist ganz schön viel, wir haben nur zehn Stöcker. Einmal Schädel und fünfmal Baumharz, okay. Also man könnte schon machen, ich hab... Ich hab Angst. Ich hab zehn Stöcker, okay. Ich hab auch zehn, mehr kann man nicht tragen. Ich glaub, uns fehlt noch die Tasche, ne? Wir wollten die Tasche mal bauen. Ja, stimmt. Dafür brauchten wir irgendwas. Ah, warte mal, ich werf nochmal so ein Ding dahin, so ein Leuchtfackel. Wow. Das... Ich seh nichts mehr. Ich auch nicht. Dann ist da wahrscheinlich Wasser irgendwo. Oh, ich wollte den Rollertopf-Cocktail auswischen. Hier liegen ganz viele Schädel, ganz viele Beine. Ich zähl den Rollertopf-Cocktail an. Ein Seil. Das ist eine Muschiklausel. Ich kann nicht mehr... Hast du noch... Oh Gott. Das sind... Das sind die toten Babys. Das ist alles voller... Ach, das sind... Ich dachte, das sind Schädel. Das sind alles tote Babys. Oder diese... Missgeburten Babys. Alles voll hier. Komplett zugeschissen mit Babys. Oh. Ja, dann ist hier wahrscheinlich... Wo? Da vorne steht er schon. Hey!